Das heißt, unsere Bundeskanzlerin hat uns hier eine Suppe eingebrockt, eine Suppe, die niemand bestellt hat, nach dem Rezept, wir schaffen das, das ist ein bisschen einfach. Und nun haben wir die Quittung bekommen, jetzt auch in Deutschland, erstmalig mit den Anschlägen in Bayern und Baden-Württemberg. Leider hat es nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen, sondern es hat Chinesen getroffen, es hat Polen getroffen. Und diese Menschen, die hier gestorben sind und die schwer verletzt worden sind, konnten wir in Deutschland nicht schützen. Und wir haben der ganzen Welt ein Versprechen gemacht, nämlich hier in Deutschland für ihren Schutz zu sorgen. Und das können wir nicht, weil wir die Kontrolle aufgegeben haben.